Die fliegen hier. Ach ja, die sind bei der Das Geräusch gefällt mir nicht. Karibisches Meer. Faschistisch. Ah, Dominikanische Republik. Okay, wollen die hier landen, oder so? Oh. Hier sind die Amerikaner. Hier sind die. Das gefällt mir gar nicht mehr, wie das hier so ist. Mal hier aufpassen. Was ist die Schweizerische Reichsprodukteur? Die haben wir gerade angeboten, an Territorien in unseren Namen zu verteidigen. Natürlich würden diese bedeuten, dass wir die Kontrolle über das Gebiet an sie abtreten müssen. Weshalb wir Realität sehr sorgsam einschätzen sollten. Sie haben sich bewährt. Das Schweizer Reichsproduktur erhält das Ergebnis. Das Deutsche Reich hat unsere Bitte um Kontrolle von Österreich angenommen. Niederösterreich, Tirol wird zum Besitz und gerät unter Kontrolle vom Schweizerischen Reichsproduktur. Nein. Ich brauche die Fabriken. Zweitens. Das ist interessant. So Sache. Könnt ihr ja auch mal Schweiz gegen Österreich spielen. Dann würden die das hier kriegen. Das ist ja alles. Nein, das will ich nicht. So, äh, war ja im Text. Wir wollen ja was tun hier. Hab ich eine Armee über. Wir wollten erstmal das hier oben abhandeln. Annehmen, ablehnen. Freiheits-Zivil-Fabriken. Wie war das? Ich wollte, äh. Äh, dauert ein bisschen, hab ich gesagt. Ne. So, bauen wir jetzt erstmal überall eine Werft an der Küste. Wo ich nur kann. Da kann ich nicht. Da darf ich nicht. Jetzt sind wir erst besetzt. Flandern geht natürlich nicht. Ich müsste hier unten noch Gebiete haben. Baue ich hier Werften? Hm. Da kann ich Schiffe direkt hier bauen, ne? Das wäre keine schlechte Idee. Aber warte mal. Hier ne Werft. Oder da ne Werft. Hier baue ich ne Werft. Zwei Stück. So. Ich glaube, ich baue jetzt mal genug Werften. Ähm. Baue ich hier unten ne U-Bolt-Flotte auf. Ja, mit drei Stück. Wenn ich hier U-Boots habe. Oh, hier sitzt der Japaner. Mit dem bin ich verbündet. Frankreich. Mit denen sind wir hier in Krieg. Wurma. Ich habe überhaupt keinen Überblick über die Welt. Fällt mir gerade auf. Passiert aber nichts. Äh. Stillstand. Pause habe ich nicht. Gut. Du. Und. aber er erforschen war das und mit dir erforschen wir den neuen zerstörer 100 prozent haben wir ja haben wir hier ein paar das war aber nicht gut wie sieht es denn mit meiner flotte aus was bist du denn U-Boot ok verlegen dich in deinen Hafen und heben das mal auf zerstörer haben wir 1,20 10,12 sind kreuzer schwere kreuzer ich mich irre ja ne schild kreuzer leichte kreuzer wahrscheinlich mit gegen U-Boote Gucken wir mal meine U-Boote haben nur dieses Gebiet ja sind ja auch nicht gut drauf die Jungs aber egal ab da hin und was habe ich hier ich habe neues U-Boot ja Punkte zum erstellen habe ich genügend ja Automatik würde mir vorschlagen Tobederrohr Minen legen die nicht Minen legen die U-Boote sind auch nicht schlecht aber dann würde ich die alten günstigen für nehmen historische U-Boote wenn die schlecht 23 sparen dann haben wir eine Schleichfahrt minus 1 Ortung und 40 Handelskrieg plus 5% und 79,2 Magnet sind da plus 20% ja ist das gut die sich stark bewaffnet sind dafür werden sie schneller gefunden wenn ich dich entferne habe ich 52 Ortung plus 7,3 immer noch Moment ich habe hier noch gar keine Schnorchel drin die entwickle ich ja gerade erst ok Untersee U-Boote U-Boots 1940a wunderbar ab rein dann ich produziere ich noch zu ende und dann gehst du hier hin wunderbar und ich produziere ich auch zu ende U-Boot 1940a Moment gehen wir einfach auf U-Boote und dann werden wir es auch schief schneller finden so wunderbar Zerstörer werden gebaut hier geht in die alle gehen in die wir legen von dort aus verteile ich sie ja das mache ich auch mal kurz genau die zweite ich habe da noch keinen links Hafen gerade gebaut die kann ich noch später machen genau warum blinkst du Panzerzug 439 436 nochmal einreigen ich habe eine dumme frage habe ich noch gar keinen Eisenbahngeschütz eingestellt ich habe noch keinen Eisenbahngeschütz das kommt bei die Atelier hin kommt bei dir so ich habe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ungefähr machen wir erst mal 10 china hat regionen übernommen komische china wurde annektiert ja was dann wurde annektiert schankte mannetiert ok komische hat katapuliert kapituliert man ok das ist unsichere zeiten wir haben einen aufstand das was mir gar nicht gefällt wo und besetzte gebiete länder die 30 prozent kriegsrecht kriegen die dann jetzt mal 22 ich werde meine erst mal machen wir das so einheiten haben keinen eh warum geht das nicht ach idiot ist so rot ja oh ne 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 moment das ist mir was fehlt mir in der Panzer bestimmt ne leichte pannchen mittlere Panzer das machen wir mal ganz schnell weg muss immer im plus bleiben 10 einheiten ja so die geringe Mannstärke bei 1,32 Millionen, wunderbar Moment, Australien Australien etabliert Interessenssphäre das viele Beobachter erwartete ist nun eingetreten Australien hat seine eigene unabhängige Allianz gegründet John Curtin hat bekannt gegeben dass Australien Verbündete suchen wird um die Stabilität der südasiatischen Pazifikregion und darüber hinaus zu bewahren und wenn nötig Aggressionen gegen australische Staaten und andere zu kontern nachdem Australien sich in letzter Zeit immer mehr von seinen Verbindungen zur Commonwealth den es zaziert hat scheint das der nächste logische Schritt zu sein, wenn das Land seine eigenen Heere werden will sie wollen die Vorherrschaft in die Region an sich reißen ok ich brauche Truppen hier unten sicher ist sicher der Hafen ist gesichert ich brauche hier König Karl II. dankt ab Moment vom mächtigen Element in seine Regierung unter Druck gesetzt sah König Karl II. keine andere Wahl als Abdankung zu verkünden unterzeichnen sein Nachfolger ist König Michael und doch viele der diktatorischen Befugnisse die Karl an sich gerissen hat liegen nun wieder in den Händen der Regierung der junge König wird also nicht dieselbe Macht genießen wie sein Vorgänger nach seiner Abdankung scheint Karl seine Konten gelehrt zu haben und ist mit seinen geliebten Magdalupesu in Sextil in einer der reichsten Viertel von Mexiko Stadt ausgewandert König Karl bist du nicht von Jugoslawien amüsant ja amüsant ähm ja solche Legion ne Moment Gebirgstruppen wo bist du denn du hast nichts zu tun ähm wer Erwin Rommel wunderbar das ist doch keine schlechte Idee Erwin Rommel der Wüstenfuchs dass ich damals auch nie geträumt habe nein ja so ist so richtig so und ab nach Australien ja die müssen trainieren sehe ich gerade definitiv ähm ihr werdet noch Truppen kriegen auf jeden Fall ähm komm du kriegst schon mal einen Panzer Erwin Rommel und ich bilde mal Sturmtruppen für Erwin Rommel aus vier fünf drei acht Einheiten muss ich so dicht wie möglich nach Australien schicken wenn ich sie hier hinsetze ne das bringt nichts wenn ich sie hier ich glaube das besten hier so Niederösterreich okay geringer Nachschub wer hat denn hier geringen Nachschub hm ja ist kein Wunder gut wird was viel nachschub jetzt gebaut gut mal kurz pause machen pause wieder weg so nachschub geklärt hoffe ich mal nein die franzosen sind da noch nicht gelandet sind aber dabei seeherrschaft ich habe nix hundertprozentige seeherrschaft habe ich hier und hier haben wir 0 schon mal informationen ich brauchte genau ich baue hier jetzt mal radar nach oben meine küsten roger muss ja wissen was da passiert vielleicht kriege ich dann hier höhere seeherrschaft dann brauche ich luftwaffe moment mal kurz warum habe ich jetzt plötzlich 45,9 ok aber weiterlaufen lassen leute ok könnte haben irgendwie vor dies haben egal moment das ende des völkerbundes als folge der kriegserklärung von ist sonische finnischen liga an lettlern ist die völkerbund in seinen bemühungen den frieden zu erhalten gescheitert arthur strick spottete offen über die unfähigkeit des völkerbundes etwas zu unternehmen und hat sämtliche verbindung zu ihm somit aufgelöst da auch andere bedeutende staatsoberhäupte nach diesen kriegserklärungen den sinn des völkerbundes infrage stellten sind diese tage de facto gezählt der rat kommt zwar weiterhin zusammen doch niemand erwartet mehr dass er tatsächlich etwas erreichen kann die autorität die der rat 1 hatte ist längst verloren das ist eigentlich kein wunder also gibt ja nur noch zwei parteien drei parteien und die sind alle im krieg miteinander habe ich truppen hier ich will mitmischen wer seid ihr denn panzergruppe b ab dahin um 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 um